Mehr als 15.000 Zuschauer füllen die UPC Arena beim Duell der Europa Cup Aspiranten. Sturm beginnt mit Manuel Weber, der ist plötzlich auch wieder Kapitän, anstelle des verletzten Jürgen Säuml. Rapid spielt ein 4-3-3 mit drei Veränderungen und die Wiener gehen dann schnell in Führung. Und zwar in der siebenten Minute, da trifft Marcel Sabitzer zum 0 zu 1. Zabitzer wird diesmal als Solospitze aufgeboten und freut sich über sein sechstes Saisontor, das dritte für Rapid. Dabei profitiert er natürlich von diesem herrlichen Zuspiel von Deniala. Davor gibt es schon den Zweikampf, Trimble gegen Florian Kainz, aber das war kein Foulspiel und die Partie läuft auch richtigerweise weiter. Bei Sturm bringt Trainer Schopp in seinem zweiten Spiel vier neu in der Startformation und die Grazer laufen diesem Rückstand nicht lange nach. Wir sind in der zwölften Minute, da ist Florian Kainz im Doppelpass mit Imre Sabic. Trimble greift ein, aber Hölzl trifft und das ist der Ausgleich. Für Andreas Hölzl ist es das erste Saisontor, er trifft nach fast einem Jahr wieder in der Liga. Interessant auch die Entstehung dieses Treffers. Zunächst hier das schöne Zusammenspiel zwischen Sabic und Kainz. Und dann hier kein Foulspiel von Trimble, der den Ball spielt, aber nicht verhindern kann, dass Andreas Hölzl dann einschießt. Ansonsten kann Soran Barisic nur wenige Höhepunkte notieren. Es gibt nicht allzu viele Torchancen. Rapids hat aber noch eine richtig gute vor der Pause. Und zwar durch Guido Burgstaller, der mit diesem schönen Schuss nur die Latte trifft. Pech für den Rapidler. Die Gäste haben in den letzten Minuten vor der Pause insgesamt die helleren Momente. Da ist wieder Deniala. Und dann gibt es hier den Zweikampf. Grozorek gegen Ehrenreich. Die Rapidler fordern vehement einen Elfmeter. Burgstaller sieht da sogar gelb und ist damit im nächsten Spiel gesperrt. Und die Proteste gab es zu Recht. Hier hätte es einen Strafstoß für Rapid geben müssen. Glück für Sturm. Somit steht es zur Pause 1 zu 1. Und es ist noch alles offen beim Heimdebüt von Sturmtrainer Markus Schopp. Nach dem Seitenwechsel kommt Christoph Kröpfel für Florian Kainz. Und der hat dann gleich eine gute Möglichkeit. Hier nach dem Zuspiel von Sukuta Pasu. Aber Kröpfel trifft das Tor nicht. Das Spiel ist weiter sehr ausgeglichen. Dann folgen ein paar hektische Minuten. Wir sind in der 66. Spielminute. 2 zu 1 für Rapid. Mario Sonnleitner köpfelt sein zweites Saison-Tor. Und auch das ist umstritten. Wir sehen, Trimmel köpfelt da den Ball raus. Burgstaller köpfelt ihn noch einmal rein. Aber da war das Spielgerät schon zur Gänze über der Linie. Da hätte das Schiedsrichterteam eigentlich abpfeifen müssen. Tut es aber nichts. Und so fällt dann noch das erneute Führungstor für Rapid. Sonnleitner schlägt zu. Wenig später tut er das dann auch im eigenen Strafraum. Und zwar hier im Zweikampf mit Andreas Hölzl. Eine dumme Aktion von Mario Sonnleitner. Der checkt Hölzl, der da eigentlich schon aus dem Strafraum rausläuft. Und es gibt richtigerweise einen Elfmeter für Sturm. Richard Sukuta Paso tritt an und er scheitert an Rapid-Torhüter Nobota. Ein schwachgeschossener Elfer von Sukuta Paso. Nobota hat die Ecke und somit auch den Ball. Sturm fällt dann nichts mehr ein. Die Grazer kommen zu keinen Ausgleichschancen. Und Rapid macht dann in der Nachspielzeit den Sack zu. Da ist der eingewechselte Dominik Stakel in seinem vierten Bundesligaspiel. Da tanzt er durch die Reihen wenig Gegenwehr bei Sturm. Und Stakel erzielt sein erstes Bundesligator mit einem schönen Abschluss. Da war die Sturmdefensive anscheinend mit den Kräften schon am Ende. Die Sturmverteidiger lassen Dominik Stakel gewähren. Der bleibt dann cool, schließt auch schön ab. Und trifft zum Endstand von 1 zu 3. Rapid gewinnt am Ende etwas glücklich in Graz und feiert den ersten Auswärtssieg im Frühjahr. Der Trainer ist natürlich zufrieden. Das Auftreten der Mannschaft war in Ordnung, war okay. Wir waren die gefährlichere Mannschaft und somit war der Sieg in Ordnung. Ich glaube der Knapppunkt war sicherlich wieder der verschossene Elfmeter. Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn er reingegangen wäre, dann hätten wir da nochmal die zweite Luft.